Wir haben sie, die sympathische Schluße. Alles über ihre Kindheit, ihr soziales Engagement und die große Liebe. Jetzt überall. Am nächsten Montag die Jailbabes für einen einzigen Auftritt. Du weißt, dass ihr einen riesen Fehler macht. Resikieren sie ihre Freiheit. Heute Abend sind sie wieder da, wo sie hingehören. Hinter Gittern.